Es ist scheiße, ich hab echt keinen Bock mehr. Ja, ich auch nicht. Was willst du machen? Ja, den Scheiß skippen, Alter. Skip Dax, wir fangen jetzt an. Leute, nächste Folge Daxhut 2, wir fangen an. Daxhuts 1 hat Spaß gemacht, war gut. Nächstes, hier gibt's keine Ausreden. Hat echt Bock gemacht, Leute, aber wir sind dem nicht gewachsen. Das zweite Mal, dass ich Dark Souls 1 abbreche. Damals, damals... Ich bin scheißgeladen. Die scheiß Mütze, Alter. Wir sind Tino F*** und Redo, oh Gott. Redo, oh Gott, sag das mal. Ja, ich geh kurz. Was? Das darf ich nicht sagen. Nein, das muss ich lachen, das darf ich nicht sagen. Redo, oh Gott. Versuchen Sie sich die Karten mit den künstlichen Muffels von Sugar Dax. Sugar Dax. Schokoholix mit Schokoholix. Ein kleiner Schokoholix. Ich komm mal durch mit uns, ich spreche mit dir und tschönen guten Abend. Hallo, hier ist Tino F*** und René von den WG-Boys. Ähm, wir würden gerne... Hier ist Tino F*** und René von den WG-Boys. Wir würden gerne eine Bestellung machen. Ja, nicht hier vorne nochmal, bitte. Oh, die weiß ich gerade nicht. B****. So, was soll's sein? Eine Pizza Bombay. Das ist ein bisschen größer. Ähm, Medium, bitte. Ja. Und ein Ben &... Ne... Wo steht das? Jan & Berries. Ja, welche da? Ich guck... Ah, hier. Peanut Butter Cup, bitte. Und das Große und das Kleine? Das Große, bitte. So, wenn er denkt, hast du 50, 3,4 Stunden ca. Alles klar, danke. Ja, schönen Abend. Tschüss, tschüss. Grüße gehen raus. So. Ey, ich komm nicht mehr. Wieso hast du... Wieso hast du einfach so losgeplant, ey? Ich komm nicht mehr, ey. Das war so... Boah, die WG-Boys. Ich hab's gar nicht verstanden. Boah, der F***, ey. Der Neutin von den WG-Boys. Super. Ist das Scheiße, ey, ey. Oh shit. Ja, Leute. Das war das Intro. Ähm. Für die neue Folge. Ja, wir sind neue Folge, Leute. Habt ihr schon mitgekriegt? Okay. Wir sind ne neue Folge heute. Wir sind noch mal bei Marmos. Lach da drüber, Alter. Wir sind noch kein Meter weiter. Meine Friese ist voll am Sack durch die Mütze, Alter. Let's go. Das interessiert doch gar keine. Ja, die Follower? Stell mal vor, wir haben weibliche Follower. Psst. Die Ladies. Bei zwei Schläge. Wenn's immer gepiept hat, hab ich die Adresse rausgepiept, Leute. Nicht wundern. Nicht, dass auf einmal die Follower bei uns vor der Tür stehen. Außer die Ladies. Außer die Ladies. Da schießen wir. Da würde Spaß nicht aufnehmen. Da würde Spaß nicht aufnehmen. Manchmal macht... Ah, ich darf noch ins Winter. Das kannst du vergessen. Ne, 160 Grad an. Okay. Ich darf noch nicht mehr. Ich darf paulieren. Ich darf nicht. Jetzt brauchst du den Fall direkt wieder ein. Das geht schon am Fest. Ja, ich darf nicht schlucken. Sorry. Ich darf nicht. Oh nein. Reigt das noch? Ne. Es ist total. Ach man ey, das versteh ich nicht. Es ist zu brutal. Es ist zum Kotzen ist das. Mein Gott. Ja Leute, die Zwischenscheiße wird hier wieder geskippt von mir. Kennt ihr ja mittlerweile. Ich will das DLC weiter spielen. Ich will das DLC jetzt weiter spielen. Ich weiß es nicht, was ichair ziehe, das ist nicht klar. In der Zwischenzeit hat er doch gedacht. Es ist ein Beispiel. Es ist das Kolderkenn. Ja, oh. Das ist immer der Antrieb, wenn er einen Tausch ist. Ja, weil der dich einfach fertig machen kann. Boah, ich dachte gerade, es ist nicht verkehrt. Komm, mach's doch gut. Den 360 Grad hast du ja. Fuck it! Egal, du hast immer noch mehr weg. Das sieht immer noch gut aus. Ich wollte es, ich wollte es machen, verpisst euch! Ist der schon so weit, der ist doch noch nicht mehr bei der Held. Wow! Ich hab volles... Da hast du durchgebrochen. Er hat es versucht. Aber tatsächlich... Da gibt es halt so Löcher, da kann man direkt so... Aber das ist schwer. Wenn er jetzt dauernd seine Zauber macht, Alter! Ich kann nichts machen. Er zieht mir meine ganzen Tränke durch... Bist du denn völlig behindert oder was, Alter? Lass mich doch mal... Schluck einfach! Boah! Das meine ich! Das meine ich! Ja, ich glaube, du musst mal... Ja, ich muss nicht weg. Genau. Das ist mir schon klar, aber... Ich muss natürlich erst mal... Boah! Gute Show! Scheiße! Komm! Schlack! Oh! Er reicht aus, Alter! Scheiße! Ich bin da... Das war's! Das war's! Das war's! Jetzt versau ich's mir selber, Alter! Alter, du bist jetzt diesmal noch näher angekommen an dein Pro. Guck mal an, wie wenig er noch hat. Es ist scheiße, das Wind. Es waren jetzt so mit Zauber eigentlich. Vier Hits, Alter. Also du hättest ihn gehabt. Du hättest ihn gehabt. Das Schlimme ist, er hat mich so lange beschäftigt und ich habe alle Tränke da rauf gehauen. Er hat mich so lange mit vier Zaubern hintereinander beschäftigt. Das verstehe ich auch nicht, warum er die Zauber so also viermal hintereinander? Weil ich einfach so weit weg war. Ich glaube, das ist es. Ja, das kann sein. Dann denkt er, du Pisser versteckst die Tränken hier. Friss scheiße. Wie hat er dir die Pisser schneiden? E-Mot kann der den ganzen Tag... Man! Und hier komme ich immer ins Stocken, Alter. Ja, ich glaube. Hättest ihn nicht laufen können, wenn ich da rein schaue. Ja, danke. Ja, und dann schluss bin ich der zweite Schlag bei dir. Einfach nur diese Scheiß-Moves. Mann, ich stelle dich zu dumm an! Guck dir mal die Lebensbalken an! Wie behindert bin ich denn? Meine Fresse, ey! Das kann nicht sein! Boah! Wir müssen uns einfach auf Zauberstel gönnen, glaube ich. Pah! Zauberstel! Wow! Das ist so geil, Alter! Du startest den Boss und er haut dir erstmal über die Elfkuläden weg. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Du, ich glaube, der Schlüssel ist wirklich nicht ganz nah ran und nicht so weit weg. Man muss so eine mittlere Ebene finden. Dann kann man den Elf ausweichen und ihn treffen. Das habe ich irgendwie rausgefunden, aber wie gesagt, ich komme da halt nicht rein. Ich sehe es nur halt so bei dir. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, Alter, ohne Nötzkeller. Jetzt nochmal, oder? Oh, der Schlüssel ist so weit, Alter. Wow! Jetzt rolle ich mich da rein, oder was? Flips doch, flips doch, schub! Alter! Boah, alles klar. Ah, der fällt zu mir. Das ist wohl noch nicht gemacht, Alter. Der fällt zu mir. oh Und dann macht der so ein starkes Ding. Das schaffst du aber noch. Es ist dumm, Alter. Ah, scheiße. Die ganze Zeit macht er den einmal mit der Hand und bleibt mit der Hand da liegen und schön. Ey, ich dachte jetzt wirklich, das ist es jetzt. Das war's. Ja, ich denke, das sei gut, Alter. Mein zehnten Versuch, denke ich, dass es jetzt ist. Die ganze Zeit, was da immer so drauf ist, da auszuweichen, ne? Das sieht immer so geil aus, Alter. Manus, Alter. Das war's. Jetzt zieht du mir die Hälfte. Alter. Es ist so. Alter. 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 Das ist klar. Ja. Ja. Das war halt, glaube ich, einfach so. Ja. Ja, hau einfach ab. 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 Ja. Pah! Jetzt wegen Manus. Trag das in die Bücher rein. Ich bin ne Lusche. Was die Fans denkt, Alter? Die Fans denken sich, okay, kann ich verstehen. Es ist scheiße programmiert. Lach nicht her. Das ist klar, dass er da jetzt aufhört. Ich bin runtergefallen, er kam nach Fahrstuhl und bin auf ihn gelandet. Ich weiß nicht, das war ein Fehler irgendwie. Guck mal, wie viele Schläfe ich verloren habe. Was? Wieso hat mein Trick nicht geklappt? Was war das für ein Bug, Alter? Wie scheiße ist das denn, Alter? Schick mir den bitte hoch, Alter. Ich dachte, du merkst es nicht. So viel Glück, Alter. Ist das schlecht, Alter. Weißt du noch, wo wir auf diesen komischen Wurzeln waren? Und dann so weggeglischt sind? Ja, richtig so. Das war geil. Folge 6. 8? Nee, ich glaube, ich weiß nicht. 10 oder so? 12 oder so, oder? Ja. Ja, dann mach's in den Tennis. Wer ist noch weiß, schreibst du nicht. Achso, skippen den Scheiß ja eh. Gut, dann schau das Kommentar. Macht eh keiner, ne? Diese Schweine. Aber den Fahrstuhl, das darf sich skippen. Nee, das skippe ich aber nicht. Das war wieder beste Aktion. Jetzt schaff ich auch den Bostel, deswegen. Ich wollte den zweimal hintereinander machen, deswegen halt dann schon. Das ist zweimal, das macht mich traurig. Das ist über 2. Ich schaffe immer mit allen Großen. Hier oben meine Pilze abbleibt, Alter. Ist der keine eigentliche. Der sagt, er macht noch flicks Manus fertig und schafft ihn auch nicht. Vielleicht kann er uns das selbst geben. Oh, geh es jetzt! Oh, oh, oh. Das sieht gut aus. Was ist das denn? Sehr gut, Alter. Sehr gut, Alter! Sehr gut! Jetzt fängt er mit dem Zauberflug an, dann ist es fein. Kann auch ein bisschen rausgefahren werden. Wow, drehen, 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 zwei hintereinander. Ich glaube, man muss ihn einfach schlagen. Kann sein. Ich weiß nicht, wenn man die Chance dann brennt, dann ist das scheiß Zauber. Sehr gut, Alter. Alter! Fick dich! Der Fack, Alter, war das stark? Nein, nein! Ah, nee, ist alles zu Ende. Fack, 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 fack! Das ist wirklich nicht. Dann sind wir heute wenigstens noch einen Schritt weiter gekommen. Sonst war nämlich alles für den Arsch. Ich weiß nicht, ob er so ein Schafferlauf zu weit ist. Du warst nicht ganz normal dran. Weißt du? Ganz normal. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das dachte ich auch. Das dachte ich auch, aber er hat nicht gemacht. Ich habe zu schnell gedrückt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin total weit hinten. Die Edbox trifft mich nicht mehr. Es ist so scheiße gemacht, Alter. Ohne Spaß. Und dann wundert man sich, wie wir da nicht mehr spielen will, Alter. Dann wundern die sich. Ihr seid Arschlöcher. Das ist der absolute Hammer, dieses Spiel. Wie weit ist? So. Können wir die Folge gleich beenden, Alter. Wir können uns heute schön ins Bett legen und haben gesagt, wir haben nichts geschafft, Alter. Wir haben halt ein bisschen das Moveset schon gemacht geschaut. Das war so. Das ist, als wenn du deine Lebenszeit drei Stunden einfach in die Mülltonne reindrückst. Es ist so. Sagst du, komm, du hast keinen Bock mehr so viel Zeit im Leben. Bis Wochenende? Kannst du mal was machen? Drei Stunden vom Wochenende einfach geskippt. Skipp den Mist, Alter. Aber die Zuschauer macht Spaß. Ja, als wenn die sich drei Stunden angucken, wie wir auf die Fresse kriegen. Die skippen den Mist, bis die sehen, oh, hier haben sie den geschafft. Hier sind sie weiter. Ich schwöre. Gucken, Folge 27, skip. 28, skip. 29, skip. Quatsch, Mann. Oh, hier sind sie dann weiter. Die gucke ich wieder. Danke übrigens. Geile Follower haben wir hier. Nein. Jetzt kriegst du gleich so hart eine... Mann, hör auf hier. Wieso trifft er mich denn immer? Wieso trifft er mich nicht? Und jetzt sind wieder zwei Säfte weg dadurch. Och, das ist gefallen. Saftunfall, Alter. Hier ist Saftunfall, Alter. Ja. Ich bin immer auf 13 hier. Jedes Mal. Wieso finde ich das so witzig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Eben gerade machst du so Geld drauf. Wenn du das jetzt nochmal lieferst, dann haben wir ihn. Du musst jetzt liefern. Ja. Ach, der hat mir nur Flam anfallen, weil wir sowas hier nicht stößt. Ne, nicht immer, aber... So. Das ist eine praktische Strategie. Der hat für mich raus hier ausgedrückt. Und jetzt. Mando! Ja. So, da ist ja noch einen dicken Lebensball. Das macht zu wenig Schaden, dieses... Für mich. Boah, das war krass. Ich hab ihn so krass gemacht. Hast du gesehen? Ja. Ich hab ihn ja auch so krass gemacht. Ich glaub. Mach's so, wo du denkst. Jeder ist so, wie er will. Hab doch. Ja, er trifft doch nicht. Ja, er trifft doch nicht. Ja, weil du... Richtig, freu ich mich an die Situation. Also, Salah hat Scheiße erzählt. Nein, Mann. Jetzt, lass ihn mal jetzt. Nein. Jetzt hab ich mich an. Boah, was geht's heute? Jetzt schaffst du locker. Ich versteh ich nicht ganz. Ich weiß nicht, wie wir den machen sollen. Den Move zumindest ist. Jetzt ist man nämlich wieder im Struggle. Unbedingt ein Laufen zumindest. Jetzt geht's das wieder richtig. Sehr gut. Ich verstehe. Hä? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt hänge ich mich wieder drin. Alles gut. Schön. Da hast du... Bist du wieder drin jetzt im Sack? Was kommt denn jetzt auf das? Ja, danke. Bleib. Der hat so. Sehr gut. Der hat nicht gekocht. Der hat nicht gekocht. Der hat nicht gekocht. Der hat nicht gekocht. Boah, das war der Kombu. Yes, Digga. Stopp. Pass auf, der kommt noch Move. Ich verstehe. Hä? Hast du das gesehen? Vorsichtig jetzt. Er hat nicht gekocht. Sehr gut. Hau weiter. Schade. War der gerade eben so gestangled? Nein. Ran, ran, ran. Sonst macht der Zauber. Zwang bei Alkomo. Ja, es ist komisch. Manchmal macht der wie so. Manchmal so. Guck mal. Ausdauer. Bitte! Oh ja! Wer warst zum Teufel? Tsch, tsch. Ran, ran, ran. Nochmal, schlag, schlag einfach Scheißdorf. Hab ich doch vorgehakt. Ich... Alan. Chill, chill, chill. Du hast noch. Du hast noch. Ich weiß nicht. Da ist das Ding! Endlich, Alter! Und wieder ich, ne? Alter, das ist so geil. Das war ein Schwank. Du hast aber gesehen, so gute Versuche, wie ich hatte, sag mal ernsthaft jetzt, so gute Versuche, wie ich hatte, hättest du sogar eher gedacht, dass ich den mache. Ganz ehrlich, dachte ich ja auch. Ohne Witz. Hör mal, guck mal, wie schwarz seine Seele ist. Alter, die sieht aus wie das Auge von der Herr der Ringe hier. Nur halt nicht rot, aber in schwarz. Wir lesen uns die mal durch. Guck mal, wer liegt. Hä? Das ist die Frau, die uns in der richtigen Welt... Ich weiß nicht, ob du das noch weißt, Alter. Die war nämlich hier so gefangen. Manus hatte die hier gefangen. Die sollten eigentlich... Mach die tot, Alter, ohne Witz. Mann, die geht doch noch. Ach, diese Bitch. Was hat die noch zu suchen? Mach die tot. Wo wegen der hat die diese Scheiße. Ganz kurz, für die Fans hier, was steht hier? Mach die tot, Alter, bitte. Die Seele vor Manus, dem Vater des Abgrunds, dieser aus... Ja, ja, ja. Der alte Manus war einst ein Mensch, bis er seine Menschlichkeit verlor und zum Vater des Abgrunds wurde. Auch dann noch suchte er ewig nach seinem zerstörten Anhänger. Der steht bei mir in der Garage. Oh, Alter. Ich bin so froh, ey. Mach die tot, bitte. Wow. Au, wie einfache tot, bitte. Diese Bitch hat nur wegen dir, Alter. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war. Ohne Witz. Ist ja unten und sagt nix, Alter. Nur wegen ihr sind wir hier unten. Hol mal noch die Serie. Ey, ich glaube, es war irgendeine Quest. Welche Seele, ne? Da kommt nix mehr. Lass es mal leveln, Rosa. Leveln und looten. Weißt, was wir machen? Wir sind ja eh so fast durch und wir wollen uns auch keine Waffen mehr schmieren und nix. Wollen wir die ganzen großen Seele dropen und uns fett aufleveln? Lass machen. Oh, ich... Noch nicht. Okay. Ach komm, was bringt der Geiz? Was bringt der Geiz? Sagt man dazu. Ich dachte, was soll der Geiz? War der 18.000 nur? 18.000! Die fetteste Seele im Leben! Mal sehen, was ist Arturias? Arturias, da hätten wir das... 18.000, da hätten wir das Großschild machen können. Arturias, 16.000. 16.000. Röchter Seele? Komm, wir hören uns. Das Röchter Schild? Ja, gut. Weiß nicht, ob wir das jetzt dafür lassen. Das sind alles gepoppt. Mach doch die großen. Hast alles gepoppt. Setz dich an Feuer. Setz das Petito-Pathetik zum nächsten. War das jetzt, ähm... Weißt du noch, wie das hieß, wofür wir waren? Dungeon, der Stadt Olassil? Ja. Nee. Doch, ne? Das ist eigentlich ein... Versuch mal. Oder Olass Animusolee. Stadt! Stadt Olassil, das ist es. Ist es nicht da so in der Mitte direkt? Wir müssen alles ausprobieren. Nee, doch, doch. Das war Stadt Olassil. Ja, doch. Das ist richtig offen bei Stile. Ja, jetzt würden wir weitergehen, aber du hast auch keine Mocken. Leute, wir beenden erst mal die Folge. Wir können ja so machen, dass wir tatsächlich eine Abendruppause machen, weil der muss ja gleich kommen. Hast du noch Bock, Walter? Und wenn du noch Bock hast, ich will wissen, wie es abgeht, Alter. Ja, hier sind wir richtig. Da geht's ja weiter. Okay, Leute. Ich weiß nicht, welche Folge es ist, aber ich hab durch dieses ganze Manus vergessen, welche Folge wir gerade sind. Leute, ich bin so richtig froh, wir haben hier besiegt. Es geht Bärenstark nachher weiter. Bis zur nächsten Folge. Peace out. Peace out. Peace out. Peace out. Vielen Dank.